Es geht los. Moment, da. Ohne vielleicht umzukippen. Die SMS-Geräte sind wieder drauf. Gott sei Dank nur ein paar kleine Kratzerchen. 91. 91 haben wir jetzt zwar nicht als Videobeweis, aber es stimmt. Es stimmt. Und wenn er sich nicht wieder aufs Dach legt, kriegen wir vielleicht nochmal an die 100. Mal sehen. Hoppala. Das war ein Satz mit X. Durch die Beine gefahren. Nochmal. Das müssen wir nochmal versuchen. Fahren wir noch nicht richtig. Wir sind noch nicht zufrieden. Ja, bringt ordentlich Speed mit. Da muss man natürlich aufpassen. So, der war jetzt besser, der Lauf. So, nun wollen wir mal schauen, ob wir es jetzt hinkriegen. Beweise, Beweise, Beweise. Hier wohnen die Beweise. Hoffentlich hat es mal besser geklappt. Satelliten. Ach, mal dieser Satellit. Muss auch gerade halten. Quer muss das Handy halten. Ja, ja. So, das wird nicht so. Hab ich doch. Hab ich doch die ganze Zeit. So. Na, jetzt wartet er. Und? Chipi, das Gerät ist noch drauf. Ja, ist drauf. Da, lesen. Null? Achso, lesen. Null? Nee. Oh, 96. Hm. Der Akku geht auch schnell runter, denke ich mir mal. Gut. Machen wir nochmal. Start. Noch eine Runde. Noch eine Runde. Ein bisschen, ja klar, mit jedem Speedrun. Und dann zieht der Akku auch ein Stück weg. Okay, dann gib mal Feuer. Gerade so geschaut. Abzubremsen. Gerade. Also unsere Auslauffläche braucht bald mehr Raum. Das ist sonst so knapp. Aber hat man hier schön seine Ruhe. Stopp. Und lesen. Ich bin gespannt. 96, denke ich mal. 95. Ich tippe auf. 98. 95. Lesen. 100. Glatte 100. 100. Perfekt. Gut, Leute. Wir driften noch ein bisschen. Wecklackern. Oh, da ist er. Oh, noch Start nach. Und fahren den Akku ein bisschen auf Lagerspannung. Und da kam, ne? So 130, was ich angesagt habe. Das ist schon richtig. Bitte. Und da ist er. Und da ist er drin. Jetzt zeigen wir dir nochmal, wie akkurs in der Leerarchie drin sind. Gehe ich voll ab. Geht voll abgesteckt. Du machst noch mal einen Donuts? Schaffen wir den noch? Alle! Ich zeige euch noch mal die Abos, die drin waren. Fishing gewesen. 5.500 mAh. 3S. Gut, tauschen für die Akkus.